Johannes war in Bedrängnis, er war in einer schwierigen Situation, in einer aussichtslosen Situation in seinem Leben, denn Herodes hat ihn gefangen genommen, ins Gefängnis bringen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist ihm nicht erlaubt, sie zu haben. Also Johannes der Täufer hatte gegen Herodes gepredigt, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gepredigt. Wenn wir das heutzutage tun, dann sagen Pseudochristen da draußen, verkündigt das Evangelium, verkündigt das Evangelium. Aber es gibt auch andere Sachen zu verkündigen. Und hat Jesus Johannes getadelt, dass er gegen Herodes gepredigt hat, wofür er dann übrigens enthauptet wurde im Gefängnis? Hat Jesus ihn getadelt? Nein, er sagt nur Positives. Es gefällt Gott, Gerechtigkeit zu verkündigen, gegen Sünde zu predigen, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit da draußen zu predigen, wie Herodes zum Beispiel, diesen Ehebrecher. Gott gefällt das, Gott will das. Es gibt mehr als das Evangelium zu verkündigen.